Idee! Nein, 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 ich schenke! Wadi will gegen Sydney um Gift-Subs machen. Was? Was sagst du dazu? Was? Flacken! Flacken! Ja, Digga, ein verschenktes Geld nimm dir. Komm, wir sind wirklich verschenktes Geld. Komm, komm, Wadi. Ja, okay, mach gegen was, mach. Äh, so. Sydney ist ein Cheat bei sowas. Ja, er ist geisteskrank. Das redet mich nicht so gut. Mal schauen. Wie viele Gift-Subs? Ich hab Angst, weil Wadi so confident ist. Nein, ich hab nicht. Ich hab mies Angst. Wadi ist wertsüchtig. Ich bin nicht wertsüchtig, Digga, aber das... Keine Ahnung, Flaggen und Geo. Ich hatte ja Zeit lang Geo-Account und so. Na dann. Ich mach... Ich mach... Ich hatte kein Geo-Account. Okay, Willi, Discord an. Um wie viel, Wadi? Sag du. Mir ist egal, du kennst mich. Ich kann dich nicht einschätzen. Sag mir was. Ich schmeiß den Tag ein Hundert. Um Hundert sagst du? Ja, okay. Ja, okay, komm, um Hundert dann. Um Hundert. Boah, das wird lustig. Jünger, ich hab Angst. Ja, dann erzähl ich. Zehn Minuten geht das. Wollen wir machen bis... Bis zehn oder? Ja, wir machen bis fünf. Fünf, oder? Nein, das? Bis zehn. Bis zehn Punkte oder so. Zehn oder Video vorbei. Keine Ahnung, wie denn. Ja, okay. Für alle, die das mitbekommen haben, ihr müsst eure Namen schreien, falls ihr das Land erkennt. Ähm, Edi macht als freiwilliger Gast mit. Und ich entscheide dann letztendlich und ich werde das verentscheiden. Und wenn ich es nicht weiß, nehme ich ein Chat dazu. Wer als erstes gesagt hat, sein Name. Okay, los geht's. Es geht um 500 Euro. Bei denen. Bei denen. Boah. Stopp. Hals, Maul. Also. Achso. Ja, wenn du das sagst, dann kriegt der andere. Wenn du das sagst, dann kriegt der andere. Ja, genau. Ja, okay. Ich kann auch Geschichte zu dem Flaggen erzählen. Das ist die Flagge von Uganda. Und warum ich das weiß? Weil auch... Ich bin raus, Junge. Ähm. Wurde die Flagge auch von der Sowjetunion entwickelt. Also ist die Uganda Flagge. Ja. Was ist denn das, Junge? Was ist das denn? Ich hatte Djibouti gesagt. Was ist das denn? 1-0, merke ich mir. So, was seht ihr denn hier? Wer weiß es wieder? Irgendwo. Boah, Digga. Ich trau mich nicht. Ich hab ne Vermutung. Ich hab ne Vermutung, aber Bruder. Ich, ich halt mich auch. Eli, was sagst du, Bruder? Ey, ich hab auch ne Vermutung. Du sagst ne Mischung zwischen Ukraine und Rumänien. Rumänien und Italien, genau. Ist ein bisschen Rumänien, ist auch Ukraine und alles drin. Ne, meine Vermutung ist Seychelles. Okay. Hast du ne Vermutung? Naja, Vermutung. Oh mein Gott! Krass. Stopp! Oh, das weiß ich nicht. Sidney? Kongo, Kongo. Ja. Ob das Eli so reingriffst und es gesagt hätte? Doch, ich wirklich wusste. Ich glaub, du kanntest die Flage, aber du konntest sie nicht zuordnen. Stopp! Hä? Wusste ich auch. Merkst du selber, was für ne Qualität drin ist? 2-1. 2-1 für Sidney. Man muss den Namen von sich selber sagen, ne? Ja, sag mal unsere Namen bitte. Stopp! Marty. Hä? Ich komm voll verspätet bei mir. Ach so, warte mal. Was siehst du jetzt? Moin Alex. Discord an. Ja, ich bin ja auch bei Discord, aber ich hatte Realtalk gerade noch die Kongo-Flage und danach war... Egal, scheiß drauf, wir machen. Hä? Welche Minute seid ihr drin? 1-9. Ja, bei mir ist 1-6. Hä? Dann joinen wir aus Discord rein und wieder raus. Warte ganz kurz. Jetzt bin ich auch bei 1-9. Okay. Ab 1 Uhr oder bis 1 Uhr? Ja, wie steht's jetzt bei euch? Keine Ahnung. Steht's jetzt? Sollen wir 1 machen oder 2-1? Mach 2-1, alles gut. Stopp! Oh, da... Ich war erster, wollte ich mal so wie ihr es gesagt habt, aber dann sagst du. Elisagt... 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 Elisagt eure Namen. Ich weiß es auch. Elisagt einfach nur Stopp. Sag... Sag mal nicht. Also, ich glaub... Also, jetzt nicht falsch verstehen, das Wort ist Nigga, also jetzt nicht das Wort, sondern Land. Niga. Ja, Niga. Weiß ich nicht. Ich kenn's nicht. Ich dachte, ihr sagt Indien. Elisagt safe Indien sagen. Nein. Also, ungelogen, ich hatte's aufm Kopf. Du wolltest das Land sagen. Ich wollte entschieden. Heiz's Maul, ne. Stopp! Warte. Warte, ja. Hä? Azerbaijan. Was? Ich hab's gesagt. Du hast nicht Sidney gesagt. Ich hab's auch Stopp gesagt. Also bei mir war ich vorher. Wir müssen den Namen sagen, ne? Ich sag nochmal, ich wiederhole mich. Name zählt. Alles Stopp werde ich überhören. Okay, ich hab jetzt Sidname. Wenn einer Stopp sagt, der andere sagt Namen, dann zählt Name. Ja, genau. Sid, Bali. Oh, was ist das? Du hast als erstes Stopp gesagt, Madi, und Sid hat dann Sid gesagt. Ja, ja, alles gut. Andorra. Glaube ich. Das wusste ich nicht, Sid. Muss ich mal passen? Muss ich mal passen bei dem Ding? Okay. 3-3. 3-3. Gibt dann auch eine kleine Werbung. Sid. Okay. Guatemala. Korea ist ein Dummkopf. Bestimmt. Nein. Yes, Salvador. Oh, 4-3 für Wadi. Wer zuerst zehn Punkte hat, ne? Ja. Sid. Wadi. Oh, scheiße. Ghana. Ghana. Let's go. Free. 4-4. Aber Krankensniveau. Hilfe. Ich riech's rein. Ich muss mies reinschwitzen. Ich hatte auch vier Punkte. Weiß ich nicht. Sid doch. Wadi. Sid. Paraguay. Ich glaube, das ist Paraguay. Warte. Habt ihr gehört? Ja. Nee. Paraguay. Digga, das steht dir auch in der Flagge drin. Ja, genau. Lass ich mir dich nehmen. 5-4. Sid. Paraguay. Boah. War wieder. Ah. Ich hab's schon gesagt. Ich weiß es. Ich weiß es auch. Aber wer hat's als erstes gesagt? Entscheidet das mal. Ich vermute ich. Ich hab keine Ahnung. Also bei mir ich. Keine Ahnung. Mach du. Das ist Bahrain. 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 Warte, Elia, was sagst du denn? Ich hab Malta gesagt. Ich hab mich gestumpt. Ich stumm mich immer jetzt. Ich stumm mich. Damit ich meine Antwort rein schreiben kann. Und danach höre ich euch zu. Damit mein Chat damit... Wadi. Was? Hast du was gesagt? ne ich hab nichts gesagt okay gut ja mongolai mongolai mongolia egal wie steht es überhaupt 64 ich weiß nicht wie ich hier zurückkommen kann ich weiß nicht wie es passieren soll ich hab da muss ich glaube ich sind aber sind ich bitte ich drum das nächste mal ein bisschen lauter sind ja du musst es lauter machen ja man hört immer nur so da war früher war die ich habe einfach so gut ich war unter druck also ich weiß es zu 100 prozent weil ich darüber in verraten ihr lieben du zwei sag mal es war aus afrika ja das ist korrekt ist zimbabwe was du hast einen richtigen dachschaden es war so klar ja 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 bitte weiß er das nicht aber wo afrika oder asien ich würde sagen afrika aus ich bin doch nein hallo hallo ich bin willi ja ja wer war früher zitt danke ich war mies früh ja okay aber du musst es lauter sagen ich habe diesmal nicht laut gerufen oder ihr müsst halt ich bin dafür dass ihr das reinschreit das wort direkt rein direkt rein schreit und wer wäre es als er und ich würde sagen die letzten weil es einfach noch mal ja ich würde ich würde weitermachen bis zum ende des videos dann ist es geht zu lange junge es geht noch sieben minuten bis zehn kurz und direkt rein rufen und laut laut deutlich ja ich gehe mal vor das mikrofon hallo es ist echt leise wieder muldora das weiß ich wusste von nico ja 76 keine ahnung ne tibet sage ich also rate tibet türkministan tibet oder türkministan mauretanien mauretanien libya der letzte präsident da erzähl mal ich habe angst zu verkacken gerade licht axel wieder kommt nicht kommt nicht an montenegro das wusste ich auch das wusste ich auch aber nicht so schnell der hätte zwar ein bisschen gedauert bei mir so ein paar punkten der hätte ich einen buzzer gebraucht jo witte jetzt hätte ich dann gebraucht kurde der war gut und zappel im zehnten kuss er gibt noch aber wenn da sind vielleicht sind die lost und haben das so ich wüsste nicht was noch so aussieht äh ägypten ist noch mal du gell nein nein jemen es steht neun eli wusste nicht wie ägypten aussieht vielleicht dachte vielleicht sind die lost mal ein sieben vielleicht comeback des grauens bahamas ich trau mich nicht ist sogar richtig junge hilfe ich wusste dass es war klar dass es ein trojanisches fährt ist das ist wirklich ein trojanisches fährt das ist wirklich ein trojanisches fährt das ist wirklich ein trojanisches fährt trojanisches fährt hab ich gut gemacht hä ja gola 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 das ist echt trojanisches fährt gewesen das ging rum warte 100 subs letztlich das schmeckt bist du da soll ich dir jetzt geben ne ja kannst du machen ok lass mal machen wer bin ich sit komm was wer bin ich alles gut du kennst bestimmt politiker tier ist ja